In den Seminarraum 315, wo wir heute sind. Mein Name ist Klaus Leggewie, ich bin Initiator des Panels on Planetary Thinking. Da fragt man sich, was ist das? Das ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von Angehörigen dieser Universität, von den Kolleginnen und Kollegen Professoren bis hin zu den Studierenden, die sich um die Frage bemühen, wie eigentlich unser Planet im planetaren Weltsystem und auch Universum zu platzieren ist. Wir sind deswegen interdisziplinär und machen gerne Veranstaltungen mit Kolleginnen und Kollegen der diversen Fachbereiche. Deswegen bin ich heute besonders froh, dass wir mit den Juristinnen und Juristen heute Abend zusammenarbeiten können zu einem Thema, was ganz ins Zentrum dessen gehört, was wir planetares Denken nennen. Sie wissen, dass es im Moment zwei ganz wichtige Süd-Nordwanderungen gibt. Die eine ist die Süd-Nordwanderung der Flora und Fauna. Das heißt, immer mehr Arten, die eigentlich in den Süden gehörten, wandern nach Norden, zum Beispiel hier, und werden dann zum Beispiel als invasive Pflanzen und auch Tiere hier nicht besonders begrüßt, sagen wir mal so. Das heißt, im Zuge des Klimawandels, den heute so gut wie kein Mensch mehr leugnet, glaube ich, außer einer brandenburgischen CDU-Abgeordnete, über die wir eben gesprochen haben. Der Klimawandel führt dazu, durch die Erwärmung, dass es einen Trend gibt von Flora und Fauna, sich in Richtung Norden zu entwickeln. Und parallel dazu wandern die Menschen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem keineswegs weltgeschichtlich neuen Klimawandel-Phänomenen, aber in letzter Zeit wieder sehr virulenten Phänomenen, der Klimamigration. Menschen, die da, wo sie im sogenannten globalen Süden leben, nicht mehr leben können. Und das werden wir gleich ausführlich durch die Referentin geschildert bekommen und also auch nach Norden wandern. Das heißt, es gibt die Figur des Klimaflüchtlings. Jemand, der nicht aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder auch doch aus beiden, das wird man sehen, nach Norden wandern, zunächst mal durch Umweltschäden bedingt. In dem Zusammenhang hat Frau Dr. Kira Finke, die ich sehr begrüße, ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann. Es heißt Sturm-Nomaden. Es ist ein populär wissenschaftlich geschriebenes Buch. Das kann jeder verstehen. Frau Finke ist eine Wissenschaftlerin, die derzeit Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist. Das ist ein wichtiges Politikberatungsgremium in Berlin, das die Auswärtige Politik der Bundesregierung und auch im europäischen Maßstab berät. Und sie ist Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Ihre Forschungsthemen sind die Klimafolgen und die gewaltsamen Konflikte sowie die zivile Krisenprävention vor allen Dingen in Südasien, im Sahel und im Pazifikraum. Das sind Orte, die Frau Finke auch alle bereist hat. Wir kennen uns aus dem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen, dem ich, ne, wir beide bis 2018 angehörten. Ich war Beirat, Frau Finke war dort die Referentin, die für John Schellenhuber, den Leiter des WBGU damals tätig war. Daher kennen wir uns und haben viele gemeinsame Gutachten erstellt, die auf das Problem des Klimawandels, aber auch des Artensterbens, des Biodiversitätsverlustes und anderer Themen hingewiesen haben. Und berühmt geworden ist unser Transformationsgutachten, was, glaube ich, 2014 veröffentlicht wurde. Ich bin sehr froh, dass sie da ist. Sie wird uns heute in circa 30, 35 Minuten einen Vortrag zu diesem Thema halten. Wir sind heute besonders froh, mit den Juristen zusammenarbeiten zu können. Das heißt, zunächst wird sich dann in einer ersten Reaktion auf Frau Finkes Vortrag die Forschungsgruppe Medimi, Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft, zu Wort melden. Das ist thematisch dann ganz eng. Und ich bin auch sehr froh, dass wir mit dem urweltrechtlichen Praktika-Seminar heute zusammenarbeiten. Und das wird gleich noch etwas genauer vorgestellt. Jetzt zunächst mal zu dem Vortrag von Frau Finke. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns erzählen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und nachher auch mit Ihnen diskutieren zu können. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht erst mal mit diesem Bild. Es gibt eine große Anzahl von Menschen, die vertrieben sind aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wenn man sich die Zahl 2020 von 2020 ansieht, dann sieht man, dass die meisten neuen Vertreibungen innerhalb von Ländern, also das sind Zahlen vom IDMC, dem Internal Displacement Monitoring Center, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sieht man, dass, wenn man hier so ein bisschen reinzoomen, weil es doch sehr klein ist, dass aufgrund von Konflikten und Gewalt ungefähr zehn Millionen Menschen neu vertrieben worden sind und aufgrund von Naturkatastrophen 30 Millionen Menschen neu vertrieben wurden im Jahr 2020. Das sind, wie gesagt, alles die Binnen-Ibrationen. Und natürlich sind es die Naturkatastrophen nicht alles klimabedingte Naturkatastrophen, sondern das sind auch solche, die aufgrund von natürlicher Variabilität Extremweltereignisse, die in einem normalen Klima auch stattfinden würden, sich vollziehen und dann eben sehr viele Menschen um ihre Heimat verrauben. Ganz wichtig zu verstehen ist es eben, dass es verschiedene Treiber von Migrationen gibt. Es gibt politische Treiber, demografische Treiber, es gibt ökonomische Treiber. Und auf diese unterschiedlichen Treiber wirkt der Klimawandel ein. Also er kann Umweltbedingungen verschlechtern, er kann Extremereignisse häufiger werden lassen und dadurch eben beispielsweise Lebensgrundlagen vernichten, er kann soziale Strukturen beeinflussen. Und die Entscheidung dann zu migrieren oder nicht zu migrieren, ist natürlich immer noch eine, die ein Individuum, eine Haushalt zusammenfällt. Und es gibt auch Menschen, die selbst, wenn es extrem schwerwiegende Extremereignisse gibt, trotzdem dort bleiben, wo sie sind. Entweder, weil sie nicht fliehen können oder weil sie nicht fliehen wollen, weil sie sagen, bevor ich migriere, sterbe ich lieber und ich bleibe hier, wo ich bin, auch wenn die Risiken ganz stark ansteigen. Ja, von diesen Themen handelt mein Buch Sturmnomaden, in dem ich meine Forschungsarbeit der letzten neun Jahre aufarbeite, in einer Art und Weise, die eben sowohl die Erlebnisse, die ich mit den Interviews, die ich mit vielen, vielen Menschen in unterschiedlichen Händen geführt habe, mit vielen Vertriebenen geführt habe, als auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse aufarbeitet und in einem Buch zusammenführt. Und da geht es eben in verschiedene Weltregionen, wo es eben unterschiedliche Klimafolgen gibt, die unterschiedliche Migrationsbewegungen auslösen. Aber bevor ich in jetzt unterschiedliche Fälle reinschauen will, will ich noch mal kurz ein Thema aufgreifen, warum das Thema auch so wirklich brisant ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die meiste Migration, die aufgrund von Klimafolgen stattfindet, findet innerhalb von Landesgrenzen statt. Das liegt daran, dass Menschen oft nicht so weit migrieren wollen, weil sie eigentlich in ihrem Kulturkreis verbleiben möchten, weil ihre Familien dort leben oder auch, weil sie die Hoffnung haben, wieder zurückzukehren. Das ist auch bei uns nicht anders. Also wenn wir uns jetzt die Katastrophe im Ahrtal anschauen, dann sind die meisten Menschen sehr daran interessiert, wieder zurückzuziehen. Viele sind auch schon zurückgezogen. Andere sind in umliegende Dörfer gezogen, aber wenige jetzt ganz weit weg. Und so ist es eben auch in anderen Ländern. Aber es gibt eben auch Migrationsbewegungen, die dann über Grenzen hinwegführen, beispielsweise dann, wenn es innerhalb des eigenen Landes keinen Schutz mehr gibt. Und hier greifen eben verschiedene Rechtsinstrumente oder in dem Fall von Klimamigrationen eben auch nicht. Das eine sind die Guiding Pistols und Internal Displacement, die eben die Binnenmigration in gewisser Weise regeln sollen. Und viele Länder haben das Dokument angenommen und auch zum Teil in nationale Gesetzesgebung gegossen. Aber diese wird oft schlecht implementiert oder die Gesetzesgebung ist nicht stark genug. Und dann gibt es die Genfer Prüfungskonvention. Und diese definiert eigentlich den Schutzanspruch über diese Konvention, über das Moment der Verfolgung aufgrund verschiedener politischer Umbrüche oder ethnischer Verfolgung oder anderweitiger Verfolgung. Und ein Individuum, das eben Schutzanspruch basierend auf diesem Dokument sozusagen sucht, muss eben diese Verfolgung in gewisser Weise nachweisen und trifft deswegen nicht auf klimabedingte Migration zu. Das heißt, es gibt international keine Regelung, dass Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren, bestimmte Schutzansprüche zuweisen. Und das bedeutet, wenn beispielsweise Länder wie kleine Inselstaaten vollkommen unbewohnbar werden durch den Meeresspiegelanstieg, dass diese Menschen dann eigentlich keinen Zufluchtsort haben, außer sie haben bereits bestehende bilaterale Verträge mit bestimmten Staaten, so zum Beispiel auch im Falle von Kiribas, das eben schon Land in Fidschi gekauft hat, um möglicherweise später umzusiedeln. Ein Beispiel, das ich gerne kurz aufzeigen würde, ist das Beispiel von Burkina Faso, ein Land, das sehr lange sehr stabil war und jetzt in den letzten Jahren sehr stark von gewaltsamen Auseinandersetzungen geprägt ist, wo es sehr große Migrationsbewegungen gibt. Wir waren dort kurz bevor die Gewalt extrem eskalierte an der Landesgrenze zu Mali, in Burraso und Luna, in der Provinz Kossi und haben Menschen interviewt, die zum ersten Mal migriert waren und in das Dorf zurückgekehrt sind. Das war so eine Art saisonale Migration aufgrund von Dürreereignissen. Und hier ist eben auch wichtig zu verstehen, dass auch Dürren, die möglicherweise im Jahresmittel gar nicht so stark zu Buche schlagen, die aber sich auf die traditionellen Landwirtschaftsweisen ganz extrem auswirken, weil sie beispielsweise drei Tage, drei Wochen lang starke Dürre, gar kein Regen und dann ganz viel Regen, dann hat man im Monatsmittel kaum Veränderungen im Niederschlag. Aber trotzdem diese extreme Variabilität, die immer mehr zunimmt in vielen Regionen der Erde aufgrund der globalen Erwerbung, diese Variabilität bedeutet eben für Landwirte, die keinen Zugang zu moderner Bewässerung haben, dass sie kaum noch Ernten einfahren können. Dieses Dorf hatte eben dieses Problem, dass ihre Ernten komplett versagten, wegen dieser kurzen, dürren und sehr langen, dürren und dann sehr kurzen, gewaltigen Niederschläge. Und da sind dann viele Männer migriert zu einem Zeitpunkt aus diesem Dorf, das eigentlich vorher landwirtschaftlich relativ erfolgreich war. Und diese Männer kamen dann zurück. Und hier nur mal ein Beispiel aus einem Interview. Ja, warum sind sie migriert nach Mali jetzt in diesem Fall? Und er sagt, es war Armut. Und dann haben wir gefragt, ja, was für eine Art von Armut? Das Problem mit der Nahrung. Und was meinst du? Was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass es eben wenig zu essen gab? Und es war der wenige Regen. Und dann haben wir noch gefragt, wie waren denn die Arbeitsbedingungen, als ihr weggegangen seid? Und er beschreibt eben, dass er extrem lange Arbeitszeiten hatte, bis spät abends immer arbeiten musste und zum Teil auch sehr gefährlichen Situationen ausgesetzt war. Und dann haben wir gefragt, ja, und als du dann dort warst, hast du Geld zurückgesendet an deine Familie? Nein. Und als du zurückgekommen bist, hast du dann Geld mitgenommen zu deinen Familien? Nein. Also du bist zurückgekommen ohne irgendein Geld. Ja, so war es. Und was passiert? Sie haben euch nicht bezahlt oder was passiert? Unser Boss ist mit dem Geld weggerannt. Und das haben wir immer wieder gehört, dass die Menschen, die eigentlich migriert sind, um diese Ernteverluste irgendwie wieder wettzumachen, die es nicht geschafft haben. Also gerade, wenn sie auch in anderen landwirtschaftlichen Berufen versucht haben, ein Einkommen zu erwirtschaften, andernorts mussten sie entweder horrende Summen zahlen für die Migration oder die versprochenen Gehälter waren dann doch nicht so hoch und sie brauchten das Geld dann selbst zum Überleben. Und das waren einfach sehr, sehr schwierige Bedingungen. Und diese Situation hat auch schon vor dem Ausbruch der Gewalt in Burkina Faso, der ebenfalls sehr, sehr vielschichtig ist, ich will jetzt nicht in jedem Detail darauf eingehen, hat eben auch dazu beigetragen, dass bestimmte Konfliktpotenziale zwischen sesshaften Viehhürten, nomadischen Bauern, sesshaften Bauern und nomadischen Viehhürten sich einfach verstärkt haben. Also man hat eben die Situation, dass die Transhumans, also dieses System, in dem nomadische Viehhürten dem Regen folgen und dafür auch die Felder von sesshaften Bauern mit benutzen, nicht mehr funktioniert, weil erstens es viel dichter besiedelt ist inzwischen Burkina Faso, zweitens werden inzwischen andere Sachen angebaut, also Cash-Crops wie zum Beispiel Baumwolle anstelle von Nutzpflanzen für die Nahrungsmittelproduktion und eben auch, weil diese dürren und sehr unregelmäßigen Niederschläge die die ganzen Ernten insgesamt beeinträchtigen. Und das trägt eben auch dazu bei, dass es zwischen diesen zwei Gruppen immer stärkere Konfliktlinien gibt. Wenn man sich das jetzt anguckt, rechts Schatz zu sehen, aber links ist nochmal Burkina Faso, da sieht man jetzt, wie sich die Anzahl von den extrem heißen Tagen im Land verändert. Links sieht man die historischen Zahlen, das heißt die hochshistorische Verteilung von sehr heißen Tagen, also wo es über 35 Grad heiß wird. Und da sieht man eben historisch, dass es im Süden etwas weniger heiß als im Norden und man sieht eben, dass gerade in dem unteren Szenario, das RCP 6.0-Szenario, also ein Erwärmungsszenario, das in Zukunft geht bis zum Ende des Jahrhunderts, was einer mittleren Erwärmung von etwas mehr als drei Grad entspricht, dass da eben ganz besonders stark im Süden die Anzahl der sehr heißen Tage zunimmt. und man dann möglicherweise in Teilen des Jahres eben, also in manchen Jahren sogar schon über 100 Tage im Jahr hat, die extrem heiß sind. Ein weiteres Beispiel ist die Insel Barbuda. Barbuda ist Teil eines Zwillingsstaates Antigua und Barbuda. Das sind zwei Inseln, die zu einem Staat gehören, in der Karibik, wo ein extremer tropischer Zyklon am Barbuda traf und die Menschen evakuiert worden sind im Nachgang zu diesem extremen Sturm, weil ein weiterer tropischer Zyklon drohte, die Insel zu treffen. Viele Menschen wollten die Insel nicht verlassen, sie wurden aber dazu gezwungen, zu evakuieren und durften auch lange nicht in ihre Häuser zurückkehren, auch weil es sehr großes Interesse gab von der Zentralregierung, bestimmte Teile der Insel nicht genauso wieder aufzubauen wie vorher, sondern es auch Investoren zu ermöglichen, beispielsweise Hotels auf dieser Insel zu bauen, was extrem problematisch ist. Und man sieht eben, ich habe bei mir zwei Jahre nach dem tropischen Sturm Irma eben besucht und mit Menschen gesprochen und man sieht hier, dass auch zwei Jahre danach vieles weiterhin zerstört war. Und dass eben auch, wenn diese Ereignisse, darüber wurde viel berichtet zu dem Zeitpunkt, auch in den New York Times und so weiter, aber dass Jahre danach, wenn diese Ereignisse schon längst aus den Zeitungen auch verschwunden sind, dass dann eben immer noch die Schäden extrem groß sind, die Menschen immer noch leiden. Also ich glaube, es gab unregelmäßig Strom, es gab kein fließendes Wasser an vielen Häusern und die Situation war sehr problematisch immer noch. Die Menschen waren zurückgekehrt, lebten aber zum Teil noch in Zelten. Teile wurden auch wieder aufgebaut und das eine Haus da dahinter, da hat sich eine NGO das mit wieder aufgebaut. Aber hier zum Beispiel, dieser junge Mann zeigt mir, wo sein Haus früher stand und da ist eben gar nichts mehr zu sehen, außer dem Fundament. Ja, und er beschreibt das eben nochmal, die Menschen in Barbuda wurden psychologisch davon beeinflusst nach diesem Hurricane und sind noch mehr traumatisiert worden, weil sie evakuiert werden mussten. Und viele hatten das Land noch nie verlassen und jetzt finden sie es jetzt sehr, sehr schwierig, sich wieder einzufügen. Und man sieht eben, dass diese Gemeinschaften, die so über viele Jahre ja auch gewachsen sind, dann so durch einen solchen Sturm extrem auseinandergerissen werden und dass sich dadurch sehr, sehr viele soziale Geflechte auch wieder neu erst bilden müssen, wenn Menschen anfangen zurückzukehren, wieder aufzubauen. Ja, und das nochmal aufzudröseln, wir haben da eine wissenschaftliche Studie dazu veröffentlicht, wann man eigentlich von Anpassung spricht im Kontext von Migration. Also der Diskurs ist so ein bisschen gewandert von Migration als Folge des Klimawandels, als Migration als Anpassungsstrategie an den Klimawandel, auch weil vielen Menschen es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als sich durch Migration anzupassen, weil sie sonst Leib und Leben riskieren, wenn sie vor Ort bleiben. Aber aus meiner Sicht muss man ja eben stark unterscheiden, weil es eben sehr, sehr viele Folgen von Migration gibt, die für die Betroffenen selbst sehr negativ sind, also wo sie es eben nicht schaffen, ihren Lebensstandard zu halten nach der Migration, sondern immer weiter in so Art Armutsspiralen zu fallen. Wir haben gerade auch mit Hinblick auf die kleinen Inseln uns sehr intensiv damit beschäftigt und auch für die GZ hierzu eine Studie entwickelt, wo wir eben dieses Beispiel in der Karibik, aber auch bestimmte andere Inselstaaten eben analysieren. Und hier ist nochmal ein anderer Überblick, wo wir am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auch eine Studie erstellt haben über unterschiedliche Treiber von Migration und wie diese Migrationsbewegungen eben innerhalb von Ländern verändern und haben dann so eine Übersicht erstellt. Ich will mal eins noch ein bisschen tiefer einsteigen, das ist Bangladesch. Und man sieht hier eben, es gibt ganz unterschiedliche Klimafolgen in Bangladesch. Bangladesch gilt als Hotspot des Klimawandels, weil es eben eine flachliegendes deltarisches Gebiet ist, das stark von tropischen Zykronen auch noch betroffen ist und eben auch durch die Kombination von tropischen Zykronen in Verbindung mit dem Meeresspiegelanstieg diese stärker werdenden Stürme eben immer größere Überflutungszonen hervorrufen. Und wenn das Wasser dann sich zurückzieht und vielleicht die Menschen sich über verbesserte Katastrophenvorsorge auch gerettet haben, kann es aber immer noch sein, dass der Überlebenskampf dann noch Wochen, Jahre weitergeht, weil das gesamte Land ist erst mal versalzen, ist ja alles Meerwasser und dann sind es eben deutlich schwieriger dort anzubauen und weiterhin zu überlegen. Möglicherweise sind auch Viehherden gestorben und so weiter. Das heißt, man hat im Süden Bangladesch eine Migrationsbewegung jetzt schon aufgrund dieser extremen tropischen Zykrone in Richtung lokaler, regionaler Zentren, wie zum Beispiel Kulna. Das ist eine große Stadt, wo Menschen dann anfangen hinzumickern und aber auch oft unter sehr, sehr schwerwiegenden Bedingungen leben. Und es gibt aber auch dann die Migration von diesen mittelgroßen Städten nach Dakar, also in die Hauptstadt oder sogar nach Indien, also grenzüberschreitend. Und was wir eben beobachtet haben, ist, dass viele Menschen, dadurch, dass sie eigentlich durch ihre vorherigen landwirtschaftlichen Tätigkeiten kaum Fähigkeiten haben, in den Städten sich dann zu behaupten. Also wenn sie von einem Zyklon geflohen sind aus diesen ländlichen Gebieten, haben sie oft nicht die Fähigkeiten, Skills, Trainings, um sich im urbanen Arbeitsmarkt irgendwie zu integrieren. Und das heißt, sie müssen dann in sehr, sehr schwierigen Bedingungen leben. Also sie sind oft in Slums, fallen dann oft auch in Schuld, weil sie Schulden aufbauen, um Mieten zu bezahlen. Oft gibt es relativ hohe Mieten in urbanen Slums, die aber trotzdem keine Sicherheit versprechen, weil diese oft eben nicht richtig reguliert wurden. Und das bedeutet eben, dass Menschen dann auch dazu gezwungen sind, sehr, sehr schwierige körperliche Tätigkeiten zu verrichten und beispielsweise im Baugewerbe oder mit Fahrradriekschuss fahren und sie aber auch in diesen urbanen Zentren nicht zwingend vor Klimafolgen geschützt sind. Also es ist quasi ein Risikotausch. Man sieht eben, dass Menschen etwa das Risiko im ländlichen Gebiet von eben Nahrungsunsicherheit betroffen sind, und eintauschen gegen ja auch Risiken, Gesundheitsrisiken, die in Slums zum Teil stehen. Es ist auch eine extreme Hitze, wenn man so dicht beieinander wohnt und unter diesen Wellbechdächern wohnt und auch mit offenen Kochstellen kocht, ist es extrem schwierige Lebensbedingungen. Wenn es eben immer heißer wird, wird es auch in den Slums immer unerträglicher. Also ein Auszug, wo eben uns jemand erzählt hat, wir können hier eigentlich nur überleben. Uns ging es besser im Dorf, als wir unser eigenes Land hatten. Das Land war eben vorhin zerstört worden. Jetzt sind wir die Bettler. Und das ist eben, also diese Ausschnitte sind eben insofern relevant, als dass sie eben sehr, sehr viele Aussagen irgendwie zusammenführen. Also es gab viele Aussagen, die denen geähnelt haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, das ist jetzt die Berechnung von der Weltbank, wo auch Kollegen von mir daran mitgewirkt haben, wie sich die Binnenklimamigration bis 2050 verändert, dann geht man davon aus, dass bis Mitte des Jahrhunderts in diesen Weltregionen bis zu 140 Millionen Menschen durch die Klimafolgen zusätzlich vertrieben werden. in einem pessimistischen Szenario. Aber wenn man jetzt stark die Klimafolgen senkt, das ist das Szenario ganz rechts, kann diese Zahl auch weiter nach unten gedrückt werden. Es gibt inzwischen auch neuere Berechnungen von 2021, die noch weitere Regionen umfassen, die von weltweit um die 200 Millionen Vertriebene bis Mitte des Jahrhunderts in so einem pessimistischen Szenario ausgehen. Aber es gibt auch neues Momentum möglicherweise für den Schutz von Klimamigranten. Es gab zu Beginn der Amtsperiode von Joe Biden einen Executive Order, der eben auch beauftragt hat, stärker sich mit dem Thema der Klimamigration zu beschäftigen, wo es eben ein starkes Umschwenken von der vorherigen Trump-Administration gab. Und auch UNHCR hat jetzt ein sehr starkes Klima-Team, das sich eben auch mit unterschiedlichen Fragen von Klimavertreibung, aber bis hin auch zu, wie können eigentlich die Schutzzentren, die UNHCR mit aufbaut, auch emissionsneutraler gestaltet werden. Also es passiert hier in diesem Bereich schon eine Menge. Ein ganz wichtiger Faktor sind eben die Städte und das ist unsere gemeinsame Arbeit, der WBU-Report zur Urbanisierung. 2016 erschienen, aber immer noch ein sehr, sehr wichtiges Dokument, dass eben diese verschiedenen Aspekte von urbaner Transformation in Städten Gießen wie Berlin, aber auch hin zur Nachhaltigkeit hin, aber auch von Slums, wie können Slums lebenswerter gestaltet werden, wie können sie mehr Menschen auch aufnehmen, wie kann sozusagen diese Wucht verursacht durch die Klimakrise, wie kann diese quasi abgefedert werden. Nochmal, warum ist das so wichtig? Wenn man sieht, wie sozusagen die größten Slums der Welt und die Klimafolgen wieder auftreten, dann sieht man, da ist einfach sehr viel Potenzial für sehr viel menschliches Leid da. Wenn wir jetzt mal Kibera, Slum in Kenia ansehen, 700.000 Einwohner ungefähr, niemand weiß es ganz genau. Es gibt extremen Regenereignisse, gleichwohl gibt es Dürre immer wieder und es gibt auch extreme Hitze, die eben das Leben dort beschweren. Aber es gibt auch innovative Ansätze, wie zum Beispiel die schwimmende Schule von Kunle Adeyemi, ein nigerianischer Architekt, der in Lagos diese schwimmende Schule entwickelt hat und Prototypen gebaut hat, die eben mit natürlichen Materialien und neuen Technologien, also Solarpaneele, versucht, eine Schule zu erbauen in dem schwimmenden Slum von Lagos und dort eben ein gutes Lernen ermöglicht. Oder auch zum Beispiel die Global Mayors Task Force in Climate and Migration, die wurde von dem C40-Netzwerk, C40-Network zu Städten initiiert und dem Mayors Migration Council, die eben zusammen auch versuchen, mit Bürgermeistern in Lösungen zu erarbeiten, die dann direkt ansetzen können. Warum ist das so wichtig? Entschuldige, ich bin mir ein bisschen verrutscht vom Layout. Wenn wir jetzt in Zukunft weit nochmal in die Zukunft schauen, bis Ende des Jahrhunderts, 2100, und uns unterschiedliche Erwärmungsszenarien ansehen, dann sieht man hier an dieser Slide, dass es eben zu extremen Verschiebungen in der Population kommen könnte. Um das nochmal kurz zu erklären, oben sieht man die historische Verteilung von extrem heißen Tagen, also Tagen, die so heiß und so feucht sind, also das ist eine Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Hitze, dass man durch Schützen seine Körpertemperatur nicht mehr regulieren kann und dann stirbt. Das ist quasi heute nur in den ganz tiefen des Armaturnasbecken und auch an wenigen Tagen des Jahres der Fall. Und wenn man jetzt sich die verschiedenen Szenarien anguckt, das unten links ist das Szenario, was das Einhalten des Pariser Abkommens, Klimaabkommens voraussetzen würde und das unten rechts ist das Szenario, an dem wir uns eigentlich immer noch befinden, so ein genanntes Business-as-usual-Szenario, das eben davon ausgeht, dass weiterhin Kohleöl und Gas verbrannt werden und sich die Erde weiterhin erwärmt. Und das würde eben dann bedeuten, dass in einem solchen Szenario quasi große Teile des tropischen Mittels quasi das ganze Jahr, also da, wo es dunkelrot eingetakt ist, sind es über 300 Tage, quasi das ganze Jahr so heiß wäre, dass sich dort niemand im Freien aufhalten konnte. Das heißt, Menschen müssten entweder wegziehen, immer klimatisiert leben, was eben bestimmte Risiken auch beherbergen würde, weil dies natürlich dazu führt, dass wenn das ausfällt, Menschen sterben würden oder sie würden sich eben tödlichen Risiken aussetzen. Und das heißt, dass dann um den tropischen Gürtel heraus sozusagen Migrationsbewegungen stattfinden müssten, um Menschenleben zu schützen. Und um rechts um das mal kurz zu ergänzen, das ist ein Erwärmungsszenario, wo man so von einer mittleren Erwärmung von ungefähr drei Grad ausgeht. Und deswegen ist es eben so wichtig, die Erwärmung möglichst gering zu halten, um solche Veränderungen nicht loszutreten. Um das vielleicht nochmal ins Verhältnis zu setzen, wenn man sich jetzt anschaut, wer ist eigentlich verantwortlich für die Klimakrise, dann sieht man quasi das umgekehrte Bild. Dann sieht man um den tropischen Gürtel, wenn man sich vorstellen möge, alle Erden die Spulenschutzschulden von ihren Vorfahren und den Ländern, die sie gelebt haben. Also wenn man das den 25-Jährigen, die heute leben, mal zurechnen würde, dann sieht man eben, dass um den tropischen Gürtel herum eben sehr wenige kumulative CO2-Emissionen pro Kopf gibt und in den Industriestaaten im globalen Norden eben sehr, sehr hohe kumulative CO2-Emissionen. der Kopf gibt. Das heißt, letztlich ist dann die Frage, wenn dort in den tropischen Gürtel die Lebensbedingungen zerstört werden, sind dann andere Länder bereit, Menschen aufzunehmen. Und wir merken jetzt ja eine stärkere Kriminalisierung von Migration, wir merken eine stärkere, ja, auch, ja, wie kann man sagen, also eine stärkere Festschreibung von Grenzen, eine Verteidigung von Grenzen auch mit Gewalt, auch mit Menschenrechtsverletzungen und es ist eben vorstellbar, dass diese Tendenz sich fortschreibt, also, dass immer mehr Gewalt an Grenzen auslobt werden, um Grenzen quasi dicht zu halten. Gleichzeitig aber der Druck auf die Grenzen zunehmen wird, wenn Klimafolgen sich weiter so ausbilden, wie bisher, also wir immer mehr Extremereignisse sehen und Menschen in großer Hoffnungslosigkeit leben. Eine Idee, die eben auch vom BBGU veröffentlicht wurde, ist eben der Ruf nach einem Pass für Menschen, die eben in Gebieten leben, die unbewohnbar sind. Das sind vor allem, jetzt, wenn man an die niedrigeren Erwärmungsgrade denkt, die ja hoffentlich eingehalten werden, also Erwärmungsgrade von unter zwei Grad, betrifft es vor allem die Biete wie die kleinen Inselstaaten und dann eben zu sagen, wenn dort alles weggenommen wird, dann versuchen wir den Menschen wieder etwas an die Hand zu geben und beispielsweise einen Pass, der es ihnen ermöglicht, in anderen Ländern zu leben und zu arbeiten. Und die Idee des BBGU ist eben, dass Länder, die über zwei Prozent an Gesamtemissionen global mit verursacht haben, diesen Pass auch anerkennen und dass man eben nicht versucht, das mit allen Staaten zu beschließen, sondern erstmal mit einer kleinen Gruppe, die dann sukzessive erarbeitet wird. Und das ist angelehnt an die Idee von Friedhoff Nansen, der den sogenannten Nansen-Pass im Nachgang des Ersten Weltkriegs hervorgerufen hat, wo es viele Vertriebene innerhalb Europas gab, die im Prinzip staatenlos waren und die keinerlei Aufenthaltsrechte, keinerlei legale Papiere hatten. Und dieser Pass wurde eben damals ins Leben gerufen, um diesen Menschen einen Aufenthalt zu ermöglichen. jetzt will ich noch fünf bis sieben Minuten über die Arbeit in der DGAP kurz sprechen und dann können wir gerne die Diskussion einschreiben. Dieses Wissen um Klimawandel als Treiber von Krisen versuchen wir eben auch über verschiedene Kanäle in das Regierungshandeln einfließen zu lassen, führen Beratungen durch und man muss dazu sagen, nicht traditionelle Klimarisiken oder auch Gesundheitsrisiken wie Pandemien sind schon lange auch Bestandteil von Regierungsdokumenten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Leitlinien-Krisenpreventionen anschaut oder auch das Weisgut der Bundeswehr, dann sind dort auch Klimafolgen, Pandemien schon als potenzielle Treiber von Krisen identifiziert, aber es gab nie eine strategische Ableitung daraus, was sich daraus eigentlich ergibt oder wie wir uns dann besser vor diesen Folgen schützen. Also das Weisgut der Bundeswehr 2017 schon erschienen hat auch vor Pandemien gewarnt im Prinzip und das bedeutet eben gleich wurden aber nicht die Strukturen aufgebaut, um eine stärkere Befähigung herbeizuführen in verschiedenen Bereichen um mit solchen Krisen umzugehen. Die Klimakrise ist auch im Koalitionsvertrag als Priorität der Deutschen Außen- und Entwicklungspolitik definiert. Da geht es Klima- und Energie-Außenpolitik wird hier im Koalitionsvertrag festgelegt. Wir haben das auch im Valentine's Dialog, der jedes Jahr stattfindet, mit dem Barat zivilen Krisenprävention diskutiert, auf verschiedenen Workshops im Auswärtigen Amt und das war eben auch noch vor dem Russischen Angriffskrieg und mit dem Russischen Angriffskrieg hat sich noch mal einiges deutlich verschärft, insbesondere in der Energieaußenpolitik und wir haben uns damit auseinander gesetzt, dass die Zeitenwende auch die Energiewende braucht, um eben die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu gewährleisten und dass wir da eben wirklich auch noch große Defizite sehen. Nun ist es so, dass die Bundesregierung derzeit in der Abstimmung ist über die nationale Sicherheitsstrategie und wir haben für die Bundesregierung einen Workshop ausgerichtet, der eben die Communities aus der Klimakommunity und die Sicherheitscommunity zusammengebracht hat, um eben dieses Thema auch zu diskutieren und die Außenministerin hat auch verschiedene Elemente von Sicherheiten einer ihrer frühen Reden zu eben diesem Aufsetzen der Konsultation zur Sicherheitsstrategie auch definiert. Das ist erstens die Unverletzlichkeit des Lebens, zweitens die Freiheit des Lebens und drittens der Schutz der Lebensgrundlagen und gerade unter diesem Schutz der Lebensgrundlagen fällt eben auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Klima und Biodiversitätsrisiken um. Und dazu haben wir uns auch auseinandergesetzt mit der Frage, wie kann eigentlich Klima in der nationalen Sicherheitsstrategie verankert werden. Diese ist jetzt noch nicht veröffentlicht, sie ist momentan noch in der Abstimmung, aber ich hoffe, dass in diesem Dokument Klima, Biodiversität eine wichtige Rolle spielen wird und die menschliche Sicherheit im Fokus steht und nicht ausschließlich traditionelle Sicherheitsrisiken, die ja momentan durch den russischen Angeskrieg gegen die Ukraine eben sehr stark präsent leider sind. Ich würde damit jetzt erstmal schließen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Überblick auch in die Gebiete, in denen du warst, was man beratungsmäßig tun kann. Ich würde jetzt Herrn Aigner bitten, den neuen Forschungsbereich, kann man ja so sagen, noch kurz vorzustellen und dann geben wir die Debatte mit. Ja, vielen Dank, Herr Legebiener. Ja, mein Name ist Maximilian Aigner, ich bin Projektkoordinator der Forschungsgruppe Medimi, kurz für Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft, die den heutigen Abend mitveranstaltet, daher darf sie auch im Namen der Forschungsgruppe noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich möchte zunächst natürlich bei Kira Finke für den spannenden Vortrag bedanken, ebenso wie bei unseren Kooperationspartnern, dem Panel on Planetary Thinking und dem Umweltrechtlichen Praktikasseminar für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, das heute hier gemeinsam zu veranstalten. Wir freuen uns besonders über den Vortrag und das lege Interesse heute, weil es die erste Veranstaltung ist, an der unsere Forschungsgruppe öffentlich beteiligt ist. Wir haben unsere Arbeit im vergangenen September aufgenommen, stehen also noch am Anfang unseres Arbeits- und Forschungsprozesses. Medimi ist ein von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförderter interdisziplinärer Forschungsverbund, der sich mit der Reichweite den Formen und den Folgen des Vordringens von Menschenrechtsdiskursen in Migrationsgesellschaften, von Migration geprägten Gesellschaften beschäftigt. Das tun wir in zehn Teiltrojekten aus verschiedenen Disziplinen, aus den Rechtswissenschaften, aus verschiedenen Sozial- und Kulturwissenschaften mit einem regionalen geografischen Schwerpunkt hier in Gießen und in Marburg und anderen Teilprojekten in Jena, Amsterdam, Münster und Frankfurt. Die zeitdiagnostische Ausgangsbeobachtung von Medimi lautet, dass etwa seit den 1990er Jahren verschiedenste Migrationsgesellschaftliche Akteure verstärkt auf Menschenrechtsnormen Bezug nehmen, um ihre Interessen und ihr Selbstverständnis zu artikulieren. Ein Prozess, den wir in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen beobachten, im Rechtssystem, ebenso wie in politischen Konflikten und Aushandlungsprozessen, aber auch in alltäglichen professionellen soziokulturellen Kontexten. Daher auch der interdisziplinäre Charakter unseres Projekts und den wir schlagwortartig als Vermenschenrechtlichung bezeichnen oder begrifflich zu fassen versuchen. Was diese jetzt vielleicht erstmal abstrakte Diagnose mit der Fragen der Klimamigration und damit zusammenhängenden migrationsrechtlichen Fragen bedeuten könnte. Dieser Frage wird sich jetzt Jürgen Bast widmen. Jürgen Bast ist Professor für Öffentliches Recht und Europarecht hier in Gießen, Sprecher der Forschungsgruppe MediMIM und zugleich Leiter eines der juristischen Teilprojekte innerhalb von MediMIM, das sich mit den Grenzregimes der europäischen Union beschäftigt. Und er wird jetzt anschließend an Frau Finckes Vortrag den Vortrag aufgreifend die Diskussion beginnen mit einem Kommentar zum Thema Klimamigration und die Vermenschenrechtlichung des Flüchtlingsrechts. Dankeschön. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Lieber Max, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Finkel. Ja, was dieses abstrakte Konzept für Menschenrechtlichung mit vielleicht auch mit Klimamigration zu tun, wie kann uns das vielleicht helfen, uns selbst darüber aufzuklären, wie wir eigentlich dieses Phänomen verstehen wollen. Also worüber wir eigentlich sprechen. Und da meine ich jetzt nicht, was die richtigen Labels sind, ob wir jetzt Klimamigration oder Klimaflucht sagen, das ist gar nicht mein Punkt, sondern ich glaube schon, dass die Lösungsstrategien, die wir diskutieren, die wir entwerfen, was damit zu tun haben, wie wir das Problem definieren. Insofern glaube ich, dass so ein diskursive Frames die Art und die Brille, durch die wir auf das Problem schauen oder das soziale Welt betrachten, dass die relevant sind. Und ich habe mir überlegt, noch bevor ich das Buch lesen konnte, den Titel vorgeschlagen, dass es vielleicht irgendwie erhellend sein könnte, noch mal kurz zu überlegen, welchen Prozess das Flüchtlingsrecht durchgemacht hat, um grundlegende Paradigmen, Diskursformationen, der Begriff ist jetzt auch nicht so wichtig, zu identifizieren, da mal zu schauen, welche werden denn eigentlich verwendet in Sprechen über Klimamigration, Klimafruktor, dazu ein paar Überlegungen jetzt und dann will ich nicht länger zwischen Ihnen und der Diskussion über die Sache selbst stehen. Also, wenn man noch mal irgendwie zurückschaut, das zentrale Dokument des Flüchtlingsrechts 1951, Genfer Flüchtlingskonvention, Sie haben es hier angeführt, liebe Frau Finke, es ist in der Rückschau, wenn man sich da Dokumente anschaut, liest, faszinierend, wie abwesend Fragen der Rechte von Flüchtlingen sind. Nicht in dem Dokument selber, aber in dem Sprechen selber, also die Leute, die die Genfer Flüchtlingskonvention ausgehandelt haben, die wollten mit diesem unverbindlichen Gerede der Menschenrechte, was gerade frisch gescheitert war, weil es nicht gelungen war, in der UN irgendwas Verbindliches auf die Beine zu stellen, wollten die nichts zu tun haben, die wollten einen ernsthaften Vertrag haben und im Kern waren eigentlich sich die zentralen Akteure einig, dass es hier darum geht, ging, ein Problem für die internationale Sicherheit zu adressieren, dass immer noch im Jahr 1951 sozusagen eine ungeheuer große Zahl von Menschen, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs vertrieben worden waren, innerhalb von Europa sozusagen in den Lagern sozusagen saßen. Die Stabilitätsfragen, Krise, das waren sozusagen das eigentliche Frame. Also es ging nicht um Menschenrechte. Heute würde jeder Juristin sich fragen, der sich ein bisschen auskennt, sagen, klar, die Genschefrische Konvention ist ein Menschenrechtsdokument. Dann ist interessant zu sehen, das ist der erste, Krise Sicherheitsdenken. Und das Zweite ist, dass sich dann erstaunlich spät eigentlich so ein Blick auf das Fluchtgeschehen und Flüchtlinge und auch im juristischen Diskurs auf das Recht, das dort gilt, Bahn gebrochen hat, das so humanitaristisch geprägt war. Das von Empathie für die Betroffenen geprägt ist. Also die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die wir zum Teil heute noch kennen, die treten irgendwann auf den Plan und internationale, was vorher als internationale Krise definiert worden war, wird auf einmal eine humanitäre Krise. Also Stichworte wie Empathie, menschliches Leid, fangen an im Sprechen über Flüchtlinge eine Rolle zu spielen. Und erst erstaunlich spät, man kann es ziemlich genau datieren, beginnt sein Verständnis dieses ganzen Rechtsgebiet und seiner zentralen Rechtsdokumente als Menschenrechtsschutz. Das Jahr ist 1990, die erste Auflage des eins-band-rechnenden Werks eines US-amerikanischen Juristen, der als erster irgendwie sagt, dieser zentrale Begriff in der Genfer Flüchtlingskonvention, Verfolgung, um den sich alles dreht, im Flüchtigen ist jemand, der dem Verfolgung droht, vereinfacht gesagt. Verfolgung heißt Menschenrechtsverletzung. Das war neu. Heute finden sie das vielleicht normal und haben das immer schon mitgedacht, dass jemand dem Menschenrechte verletzt werden. Aber dadurch gibt es auf einmal einen Anschluss an einen ganzen anderen Diskurs. Auf einmal kann man das, was die Menschenrechte gemacht haben, das Lüftungsrecht benutzen. Und der Blick wird frei dafür, dass vielleicht aus den Menschenrechtsverträgen selbst Schutzgründe geltend gemacht werden können. Und auf einmal beginnt das ganze Rechtsgebiet, sich auf ein zentrales Menschenrecht umzustellen, nämlich das Non-Refoulement, das Recht nicht durch Maßnahmen der Abwehr oder der Ausweisung schweren Menschenrechtsverletzungen aufgedrückt. Schlagworte Sicherheit, Humanitarismus, Rechte. In Ihrem Buch ist alles präsent. Davon ist es faszinierend zu sehen, ich mache mit Ihnen und nicht über Sie reden, deswegen spreche ich jetzt eher darüber, wie ich bisher das Sprechen über Klimaflucht, Klimamikation wahrgenommen habe und meine Befürchtung, Beobachtung, erstmal neutral als Wissenschaftler Beobachtung, vielleicht aber als Bürger Befürchtung ist, dass wir eine Renaissance eines versicherheitlichen Denkens über Migration und Flucht im Klimakontext haben und eine Renaissance des Humanitarismus, der aber gerade das qualitative Moment, dass es sich um Menschen handelt, die vielleicht eigene Rechte haben, erleben. Also wenn sie so wollen, eine Regression. Das hat auch vielleicht damit zu tun, dass es gar nicht so leicht ist, diese Migrationsursachen, ich versuche es mal neutral zu formulieren, die sie hier benannt haben, exemplarisch und aggregiert, als Menschenrechtsverletzungen zu interpretieren. Das hat vielleicht paradoxe Effekt, die für Menschenrechte des Flüchtlingsrechts macht es vielleicht auch schwieriger, diese hier betroffenen Menschen als Flüchtlinge zu definieren. Also Klimawandel als Menschenrechtsverletzung schwierig, es fehlt den ganz zurechenbaren Handlungsakteur, das braucht man eigentlich immer für eine Menschenrechtsverletzung. in ihrem Buch weisen sie das ganz wunderbar aus, dass sozusagen das geltende Recht eigentlich fallen durch alle Raster. Die kriegen wir nicht vernünftig indigente Verflüchtlingskandidaten und so, aber woanders haben wir auch nichts rechtlich Greifbares. Also ein spezifisches Verständnis macht es auch schwer, Menschenrechtsverletzung des Flüchtlingsrechts macht es dann wiederum schwer, diese Prozesse hier als sozusagen rechtlich unbegrifflich als Flucht zu verstehen. Deswegen nehme ich den Appell aus ihrem Buch mit, das ich eigentlich mit nach vorne nehme. Nehme ich den Appell aus ihrem Buch mit, dass wir brauchen politisches Handeln. Wir brauchen ein politisches Handeln, das ein erweitertes internationales Regime oder ein internationales Regime schafft, ein neues Recht kreiert mit einem erweiterten Schutzkonzept für diese Form der Zwangsmigration, dass wir wahrscheinlich das nicht durch Fortschreibung des Alten in den Griff zu kriegen. Und da fand ich, das wäre mein Plädoyer, dass wir das nicht humanitaristisch denken, nicht aus der Perspektive der Empathie für leidende Mitmenschen und dass wir das auch nicht der Versuchung erlieben, die Klimamigranten als bedrohliches Kollektiv daraus zu sehen, dass wir uns nicht auf Versicherheitlichungstendenzen einlassen, sondern versuchen, dieses neue Regime rechtebasiert zu bauen. Und da will ich einen Satz vorlesen, mit dem das Buch im Wesen, also im Schluss Akkord des Buches, der mich sehr fasziniert hat und den ich toll finde, deswegen lesen ich den Wucht der Klimakrise begreifen, führt an der Zusicherung von mehr Freizügigkeit und der Verankerung von mehr Rechten auf der Flucht vor den Naturgewalten kein Weg vorbei. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Ja, ganz vielen Dank, Herr Bass. Ich glaube, das ist eine wunderbare Brücke, die wir jetzt gebaut haben für die Diskussion. Sie haben bestimmte Fragen oder Anmerkungen. Übrigens ist das, worüber wir gerade reden, ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie man planetar denkt. Also wie man Naturphänomene, sogenannte Naturphänomene, die häufig sozial bedingt sind, kulturell bedingt sind, die menschlich verursacht sind, wie man die einbaut in ein Handlungssystem, in dem Politikrecht eben die entsprechende Rolle spielen muss. Und besonders wichtig ist eben der Aspekt, dass Flüchtlinge Rechte haben. Und das haben Sie sehr schön gezeigt, wie sich das überhaupt erst spät entwickelt hat in den entsprechenden Diskursen. Ich will aber jetzt meinerseits nicht irgende Fragen und Anmerkungen im Weg stehen und hoffe, dass Sie die jetzt stellen werden. Ja, bitteschön. Also erstmal ganz herzlich bedankt für die Besitzer sind sehr spannend und anregend. Ich arbeite seit über 20 Jahren im internationalen BZ, habe mit Profit Bekanne in central angeht, evaluiert, unter anderem habe lange Jahre aufeinander gearbeitet, also kenne auch dort die Primatik ganz viel und arbeite unter anderem auch zum Thema Gender und Thema Handel. Ich erinnere mich tatsächlich, dass die Gender-Perspektive in einem Thema, wo diese Perspektive so enorm wichtig ist. Also ich schmeiße jetzt nur mal Stichwort in den Raum Menschenhandel, also insbesondere Frauenhandel, also zentral amerikanisch über Staat, wir mit ukrainischen Geflüchteten die Problematik Sterbenswerden, Menschenrechtsverletzung, insbesondere mit Frauen und so weiter, finde ich eine total wichtige Perspektive, auch wenn wir dann darüber sprechen, dass es notwendig ist, einen rechtebasierten Rahmen zu konstruieren, wo Schutzrechte daraus abgeleitet werden, denn die Menschenrechtsverletzungen sind unterschiedlicher Art, sind sehr unterschiedlich. So das eine, was mich interessiert, natürlich, wo sie Möglichkeiten sehen, also ich weiß, dass die zentralamerikanische Menschenrechtsorganisationen, zentralberechtigt diese Organisationen ausgehend von dieser Anerkennung der Agency von Menschen, krieren, sehr stark dafür nachdenken, wie sie eben genau in diese Schutzrechte einfachern können und was die Platzformen werden. Das ist ein Thema auf der COP26 gegeben, kürzlich. und natürlich sollte es auch auf anderen Platzformen diskutiert werden, wie sie den Möglichkeiten zu verankern. Und eine letzte Bemerkung, das ist jetzt nochmal ganz losgelöst von dem, das Thema Energiewende ist natürlich eine super spannende Sache, also wir sind stark Verursachende in Ländern des Norms, haben dann Verantwortung und haben das gewöhnt, gerade auch hier in Deutschland, dass wir Energiewende vorantreiben sollen und die Interessen der Energiewende hier in Deutschland sind nicht gleich der Interessen in den Landesstudios, aber wir haben Energiekaufmerksam und wir haben auch dort die Problematik der Menschenrechts Verletzungen, die zum Teil nicht aus deutschen politischen sind. Wir können uns in Erja anklicken, wir können Südafrika anklicken, wir können Glungien anklicken, da wird es ganz spannend, wie sich das ausformen wird. Es gibt Konzepte, Interessen Konzepte in Bezug auf Energiewende für Umwelt. Ganz wenige Fragen. Ja, so, tut mir leid. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen und Sie haben da auch den Nagel auf den Kopf getroffen, also Gender, auch die feministische Perspektive auf das Problem ist eine sehr wichtige. Es kommt auch im Buch tatsächlich relativ breit vor. Jetzt haben wir ein bisschen von eingegrenzt, was das Thema in den Reich hinken vorkommen kann. Jeder startet ja auch von einem anderen Punkt, anderer Sichtweise. Ich glaube, es sind zwei Punkte. Die eine Debatte ist Frauen, die von Klimafolgen bis proportional getroffen sind. In der einen Thematik kam es ein bisschen auf. Wir vorhin das Beispiel von Faso erzählt. Da war es so, dass Frauen zurückgeblieben sind, die Männer migriert sind. Auf ihnen lastete der Haushalt, aber sie mussten trotzdem das Land alleine bewirtschaften, die Kinder versorgen und sie hatten noch weniger Einkommen. Frauen waren das ganz kaputt. Wir haben Männer und Frauen separat interviewt. Die Frauen während die Männer noch weg waren. die Männer zurückgekommen sind. Dann spätten auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die übertragbare Krankheiten, die soziale Koalition in der Beziehung zwischen den Familien eine große Rolle. In Bangladesch hatten wir auch Situationen, wir haben zum Beispiel von Bettlerinnen angesprochen. Da haben wir die Frauen gefragt, warum wettet ihr denn? Wir haben angefangen zu sprechen. Das war alles nur Handvoll. Wir haben uns alle gesagt, wir Mann in einen Sturm verloren. Wenn der Mann nicht mehr da ist und die Frauen auf sich alleine gestellt sind in einer sehr chaotischen brutalen Situation, dann bleibt nichts anderes übrig, als in die Prostitution zu gehen oder zu wetteln oder beides, ohne überhaupt zu überleben. Das war ein sehr verkehrer Umständiger. Diese ganze Dimension Frauen extrem betroffen von Klimafolgen, aber auch unterschiedliche Frauen betroffen. Und dann eben die ganze Frage auf Frauen als Akteure in verschiedenen Klimaschutzinitiativen als Akteure des Landes auch auf unserem Land junge Frauen haben sehr sehr viel bewegt im Bereich des Klimaschutz, KlimaaktivistInnen. Als Bestes von das eigentlich unterbrechen war von KlimaaktivistInnen. Ja, genau. Also es gibt sehr sehr viele Dimensionen, wie man da blicken muss. Da bin ich total bei. Es geht ja auch nicht nur um Frauen hinlassen, auch um viele andere Dinge. Und dann die Frage Schutzrechte. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch noch darauf eingehen wollen. Wo sind die Einführungspunkte, das zu stärken. Es gibt meines ist es eine große Zurückhaltung, irgendwie in die Genfer Konvention heranzugehen, weil eine Befürchtung ist, sobald man anfängt, darüber aufzumachen als Dokument, dass dann eher Schutzrechte abgesprochen werden, als dass neue Gruppen Schutzrechte zugesprochen werden. Da würde mich Ihre Einschätzung auch sehr interessieren. Es gibt die sogenannten Action Agenda. Es gab schon mal eine Gruppe von Staaten, die sich dann auseinander gesetzt hat, wo es große Maßnahmenpakete gab, was alles getan werden muss. Im Prinzip wurde vor allem geforscht, das ist schön für uns als Wissenschaftler ist, aber sehr viel Daten erhoben zum Klimamigration, sehr viel Wissen hinzugefügt, weil es vor 15 Jahren nicht so stark erforscht und es gab wenig Evidenz. haben wir gleichzeitig die Instrumente, um mehr Schutz zuzusprechen, die wurden kaum geschaffen. Es gibt bestimmte regionale Konventionen, wie zum Beispiel die Kampaler Konventionen, diese Vertreibung von der Kuppertastrophen mit eingebunden ist, aber auch da ist die Umsetzung eher verkehr. Wo könnte man jetzt ansetzen? Ich denke schon, dass es so eine Art Initiative braucht, die von mehreren Staaten einfach als Initiative beispielsweise im Rahmen der UNFCCC, aber eben nicht in der Klima-Rahmen-Konvention, sondern in der separaten Konvention, wo eben nur einzelne Staaten sich zu eingeben zufälligen. Aber die Frage vielleicht erstmal an Sie und dann kann ich überhaupt die Ressourcen-Frage zu Energiebunde eingehen. Ja, ist leicht zu sagen, was mich die Kencher-Fürchen- Konvention anfasst. Also ich finde das vielversprechendste, von dem ich weiß, ich will jetzt auch hier nicht dazwählen, das wäre ich ein Klima-Migrations- Rechts- Externavalist. Das Vielversprechendste, von dem ich weiß, ist der erstaunliche Umstand, dass in dem Global Compact Pommandoration, dem Klima-Migrations- Pakt, doch einen gesicherten Stand innerhalb des UN-Systems gefunden hat. Nach sechs Jahren gibt es immer noch und die Prozesse in diesem Migrations- Pakt auch Aussagen gibt zum Thema humanitäre Pathways zu protect. Also Wege zum Schutz. Die sind genauso weich formuliert wie alles in diesem Global Compact, aber es gibt einen institutionalisierten Prozess, darüber weiter zu deliberieren, und zwar im UN-Kontext, auf der Ebene der Generalversammlung und institutionell über die Sekretariatsfunktionen, da finden Prozesse statt, die ich moderat optimistisch vielversprechend finde. Da wäre meiner Meinung zumindest institutionell gesprochen, bei vielversprechend zu Ort dass man weit kommt, wenn man das globale Klimaregime versucht, institutionell irgendwie auf eine Kompagung abzubauen. Da kriegen die unterschiedlichen Interessen nicht zusammen auf den Schirm und kriegen keine Kontente organisiert. Aber wenn so eine Gruppe von Staaten sich herausbildet, dann vielleicht in diesem GCN-Prozess. Das ist institutionell am besten auch möglich. Ja, bitte. Eine super spannende Geschichte finde ich ist die kürzliche Entwicklung einer Resolution der interamerikanischen Menschenrechtskommission, die erstmals das Thema Klimawandel mit Menschenrechten verbindet und auch konzeptionell sozusagen zusammendenkt und kürzlich haben Jacelle und Kolumbien eine Anfrage gestellt an die Interamerikanische Nationalistkommission, welche sozusagen als Pflichtenträger bewegen, welche Verpflichtungen sie haben in diesem Kontext Menschenrechte zu schützen und ich finde das ist also eine ganz ganz spannende Geschichte aber ist natürlich weit hinter nicht gedenkend und so weiter und so fort und da frage ich mich inwieweit solche Dinge noch sehr viel stärker diskutiert breiter diskutiert werden können und auf andere Ebenen auch bewegen werden können. Du wolltest noch was sagen zum Thema Ressourcen das war der Energiewende hier und dort ist unterschiedlich wolltest du darauf antworten? Ja vielleicht kurz zumindest durch die Implementierung des europäischen Green Deals entstehen natürlich sehr große Ressourcenbedarfe im Bereich generalische Ressourcen und der Stichwort guckt und da stellt sich aus meiner Sicht auch die Frage wir haben ja in Deutschland und Europa eine recht starke Naturschutzgesetz die auch unsere Berechtigung hat aber dadurch ist es uns auch nicht möglich bestimmte Ressourcen hier abzubauen durch diese Schutzbestimmungen und wiederum in der demokratischen Republik Kongo bestehen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt oder werden im Gang und dann ist halt die Frage also um dann hier unsere Energiewende zu vollziehen wird jetzt im Kongo mir der Pristine also der sehr wertvolle Biogivalitäts Hotspot des Regenwaldes abgeholtst wenn man es auch hier im Hals abbauen kann also da sind glaube ich sehr sehr viele Dilemmata die sich da auftun wenn man sich diese verschiedenen Ressourcenströme näher anschaut und das gleiche besteht auch im Hinblick auf Wasserstoff was ja natürlich diskutiert wird wo auch auch die Frage besteht wenn man jetzt anfängt aus Ländern Wasserstoff zu importieren wo selbst ein Teil der Bevölkerung ein großer Teil der Bevölkerung nicht also keinen Strom beziehen kann weil es so eine große Energiearmung gibt stellt sich natürlich eigentlich sofort die Frage eines postkolonalen Ansatzes von Fragen von Ressourcen Nutzung durch Europäer in die eben ihren Energiebedarf durchdecken und gleichwohl eben das keine richtigen positiven Nebeneffekte die breite Bevölkerung neben einer kleinen Energie und ich sage gibt es auch Fragen von wenn es jetzt über Heidelpower gemacht wird also über Wasserkraft kann es eben auch aufs Vertreibung und da stehen immer sehr sehr viele Fragezeichen dran also wenn jetzt mal viel Wasserstoff gesprochen wird finde ich schon muss man sehr stark den Hygienbruch brauchen wen wirklich also in welchen Obsturzweigen brauchen wir wirklich wo ist es nicht ersetzbar durch andere Prozesse welche Produkte brauchen wir wirklich um unsere Industrie aufrecht zu erhalten wie können dann wenn solche hengen Partyschaften geschlossen werden auch positive Nebeneffekte für die lokalen Um mehr weiter zu können zwei weitere Wortmeldungen hier da hinten und dann dort danke für die spannende Vorträge als Rechtswissenschaftlerin werde ich natürlich besonders kennenzulich weil die Lücken im rechtlichen Regime auftauchen dann kann man kreativ werden dann kann man sich überlegen wie kann bestehende Systeme neu interpretiert ausgelegt werden müssen über die ganze Instrumente haben wir beide schon gesprochen aber man kann eben auch überlegen wie neue Instrumente aussehen auch darüber haben wir schon gar nicht besprechen beziehungsweise wurde auch schon die erste Frage dazu in die Richtung gestellt und ich würde da gerne nochmal nachhaken also inwiefern wie kann so ein internationales Klimaregime genauer aussehen insbesondere in der rechtebasierte Ansatz der genannt wurde ich denke das ist beide ja schon genannt das ist eben auf der globalen Ebene also auf der UN-Ebene schon Ansätze gibt global compact wurde genannt aber auch der regionalen Ebene also der interamerikanische Raum wurde genannt aber auch verschiedene regionale Konventionen die Kampala Konvention und ich frage mich könnte man da nicht auch völlig neue Regime in Berlin die man interregional stärker sich annimmt weil so wie ich den Vortrag verstanden habe ist das ja das große Problem das Nord-Süd-Verschiebung dass man also Regionen im europäischen Raum haben wir ja wirklich auch eine starke regionale Verrechtlichung sei es auf Ebene der EU aber auch auf Ebene des Europarates inwiefern man da eben zwischen diesen interregionalen Organisationen eine stärkere Vernetzung eine stärkere Interregionalität aufbauen muss um diese Fragen eben auch effektiv anzugehen effektiver als es eben auch globaler Ebene möglich wäre und regionale Inde wäre eben zu klein gedacht und daran anknüpfend wir sehen ja im rechtlichen Bereich wird stärker den Trend weil ich in Anführungszeichen von sogenannten Klimaplanen also das stärker auch verknüpft ist Klimafragen mit Menschenrechten dass man eben auch stärker natürlich das national betrachtet sei es im Verfassungsgericht oder auch niederländischen Verfassungsgericht aber dass da ja auch ein gewisser Mechanismus zu sehen ist dass man Menschenrechte oder eben auch Grundrechte stärker mit Klima verknüpft und inwiefern man das vielleicht auch auf regionale Menschenrechtsinstrumente wie jetzt die europäische Menschenrechtskommission übertragen kann wo es ja auch erste Ansätze gibt also quasi in der Nutshell stärkere Interregionalisierung Fragezeichen Wollen wir vielleicht kurz sammeln Ja Vielen Dank Also meine Frage klingt eigentlich perfekt und das was meine Kollege schon gesagt hat Wir haben jetzt wieder darüber gesprochen dass wir wie wir praktisch das Rechtsregime verändern müssen damit eben auch Gefürchtete die auch im Klimafolgen einmal verlassen müssen praktisch Zugang zu Rechten bekommen und ich habe mich jetzt gefragt wie wir praktisch die Rechtsfolgenseite vielleicht ausgestalten müssen und praktisch den Bedürfnissen dieser besonderen Gruppe von Gefürchteten gerecht zu werden und auch vielleicht dieser Aspekt dass eben der globale Norgung die Kinderflucht vielleicht verursacht da auch eine Rechnung tragen muss also eben im Sinne von so einer Art Schadensersatz Gedanke vielleicht auch in der ausgestatteten des Schutzes irgendwie eine Rechnung getragen werden mit so einer Schutze Danke Können Sie vielleicht gleich weitergehen ich glaube die andere Worten werden bei Ihnen ich finde jedenfalls was Sie mal an der Ex-Tie-Shop einfallen bezieht sich darauf inwieweit besteht eine Zivilisierung der globalen Norden für dieses Problem der Immigration und andererseits auch inwieweit stellen sich eine Kooperation zwischen den Staaten vor das quasi die kleinen kurse anschaltet als Produktprojekt dass wir jetzt zum Beispiel sagen wir erkennen das als Fluchtgrund an müssen das im Rahmen der Rechnung ertrag wird und inwieweit wir mit Hansa kooperation denken haben Danke Sie fühlen sich immer beide angesprochen bitte Sie Ich kann erst mal anfangen meine Perspektive dazu schildern und bitte sie aus rechtlicher Perspektive nochmal ergänzen also allgemein gesprochen ist der Gedanke insbesondere auch die Industriestaaten anzusprechen und dazu zu drängen mehr Schutz zu bewähren die aufgrund von Klimafolgen vertrieben sind natürlich nicht nur aus dem humanitären Imperativ erwachsen also ich helfe denen denen es schlechter geht sondern insbesondere aus dem Gedanken der Klimagerechtigkeit dass es da eine gewisse Art Anspruch gibt weil wenn Industriestaaten Menschen in Industriestaaten große Schäden und Lebensgrundlagen von Menschen in anderen Ländern verursachen ist schon eine Frage der Gerechtigkeit besteht da schon inwiefern dann diesen Menschen auch Schutz gewährt wird und damit ist es natürlich dann auch nicht getan weil viele Menschen gar nicht migrieren wollen sie wollen dort bleiben wo sie sind aber wenn sie dann zum Migration gezwungen sind dann muss man eben auch versuchen diese Agency wieder in gewisser Weise zurückzugeben dass sie zumindest eine gewisse Entscheidungsfreiheit darüber haben wo sie überhaupt hingehen können und da kommt eben genau diese Frage von interregionalen Migrationsabkommen dann zur Sprache es gibt eben diese regionalen Abkommen zum Beispiel auch in der Karibik OSDS oder CARICOM oder ECOWAS im Sahel dort hat man eben eine gewisse Freizügigkeit etabliert für entweder für alle oder bestimmte Gruppen Arbeitsmigration und das kann eben schon helfen gerade in solchen sehr chaotischen Situationen aber eben unter dem Aspekt dass die Verursachung dieser Schäden ja ganz wo anders liegt und da ist es eben auch ja eine Frage der Verantwortung wenn man sich jetzt das Moment der Verfolgung das ist ja das zentrale Element in der Genfer Konvention aber auch des Staates den Schutz dann nicht mehr gewähren kann oder will ja vor dieser Verfolgung also die Verfolgung muss ja nicht nur durch Staat aber kann eben auch in der anderen Gruppe stattfinden und dann wenn der Staat keinen Schutz gewähren kann dann wird Menschen haben Menschen eben auch in vielen anderen Anspruch auf Asyl und da liegt natürlich die Verantwortung letztlich bei dem Staat der diesen Schutz nicht gewähren kann aber wenn man sich jetzt das Klimaproblem anguckt dann liegt die Verantwortung für diese Schäden natürlich in einem anderen Land und deswegen denke ich ist es eben notwendig aus einer Gerechtigkeitsperspektive heraus aber auch aus einer Perspektive heraus dass eben sehr viele Gebiete deutlich stärker betroffen sind im globalen Tieren dass eben auch Migrationswege von Entwicklungsländern insbesondere eben von solchen die möglicherweise in den gesamten Staatsgebiet in Roma werden wie zum Beispiel Klein-Inselstaaten dann eben auch Migrationswege eröffnet werden in andere Länder aus meiner Sicht sollte dies passieren etwa wenn die 1-2-5-Grad-Grenze gerissen wird was ja möglicherweise schon bald der Fall sein könnte also in der 50- bis Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren könnte diese Grenze zumindest erreicht werden und wenn man sagt naja dieser Abkommen hat mir das als untere Temperaturgrenze verankert wenn diese Grenze gerissen wird fangen wir zumindest an solche Dokumente wie ein Pass oder humanitäre Visa also Sozialschutz auszusprechen für eine Nummer also eine bestimmte Anzahl im Kontingent von Personen aus Flachigen Inselstaaten sodass diese nicht Hals über Kopf migrieren müssen sondern dass diese Perspektive über Jahrzehnte auch entwickeln können über Jahre entwickeln können falls eben Klimafolgen dann so schlimm werden dass dort Menschen nicht mehr wohnen können und ich glaube dass man jetzt anfangen darüber zu sprechen und nicht erst dann wenn die ganzen Klimafolgen so extrem werden dass es sehr schwierig wird möglicherweise ein Konsens darüber zu führen kommen aber das ist glaube ich nicht alle Punkte dann war noch die Frage ob es so eine Art Club gibt der Willingen die zum Beispiel in Europa die gibt es ja häufig die Koalition der Willingen die eben dann sagen ja wir machen das jetzt also es könnte ja es hat es ja auch schon gegeben eine Klimapass Initiative europäischer oder auch nicht europäischer länder geben die sagt wir schreiben jetzt damit voran und was aber wenn die die Bürgermeister also sozusagen ist ja nicht nur eine interregionale Kooperation sondern auch eine die zwischen Big Cities oder auch zwischen Städten zu verabreden wäre um zum Beispiel Centuries wie es die Zeit in den USA gegeben hat zu einzurichten also nur kurz als ja also unter Nansen hat es das Jahr gegeben in den 20er Jahren hat es eben Staaten gegeben wie sie es entschlossen haben also das waren auch Vorleifer vom HCR die dann diese Dokumente ausgestellt haben also unter Organisationen vom Völkerbund und dann haben Stimmte der Staaten die anerkannt und das waren dann die sprachen zwar keine kompletten Rechte wie ein echter Staatsangehörig dazu aber zumindest konnte man damit legal leben und arbeiten in den Ländern und es gibt ja auch Migrationsabkommen wie etwa wenn man sich jetzt den Compact Free Association ansieht in Mikronesien verschiedene Staaten wie zum Beispiel Marshall Islands aber auch andere Staaten geben aus ganz anderen historisch erwachsenen Situationen heraus durch militärische Bündnisse Verträge haben mit den USA wo eben aus Mikronesien aus den Marshall Islands Menschen aus den Marshall Islands gehen in den USA arbeiten für eine Visum und das also es gibt schon solche Instrumente es gibt sie nur bisher quasi nicht im Kontext des Klimawandels und kann mir schon nur gut vorstellen dass es möglich wäre sowas zu schließen auch als Gruppe von Staaten wenn man das bestimmten ja Kontingenten bestimmten Gruppen zuspricht aber wir sind der Rechtsexperte auch für ein politischer würde da ist das Recht kriegt das schon irgendwie hinten also vielleicht ganz kurz noch so ein paar Überlegungen die von mehr Skepsis getragen sind was was da halbwegs realistischerweise erreicht werden kann in Perspektive die ich glaube noch ein bisschen überschauen zu können ähm interregionale Ansätze Rüfenswert aber dann spielen so wenig bisher im sozusagen operativen Rechten eine Rolle dass ich eher nicht glaube dass das vorne der Reihe steht an den die sich durchsetzen lassen Saskia Ebert welche Rolle spielt Schatz welche Rolle spielt sozusagen diese Verursacher Haftung natürlich ist das verstehe ich das in einem moralischen Diskurs Kontext ich sage ist das plausibel das ist die Waagschlage der Diskussion zu sagen jetzt haben wir es nun gerade im Flüchtlingsrecht erfolgreich von einem Konzept in einem mühsamen Kampf um Gemischberichte und Gesetzgeber davon verabschiedet dass gewissermaßen die Pflicht für Schutz gewähr so eine Art mittelbare Haftungsfolge sozusagen ist und wir haben es also von einem Verursacher Verständnis zu einem Schutzverständnis kommt eigentlich gar nicht darauf an wer der Verursacher der Verfolgung ist wir sollten da nicht zurückgehen zu der Suche nach dem Verantwortlichen und dann subsidiären hilfsweise einen Ersatz verantwortlichen in dem ich glaube dass das praktisch konzeptionell würde ich das nicht machen eher bei den Schutzkonzepten die Frage ist wer ist dafür verantwortlich Schutz zu gewähr die am vielversprechendsten finde ich innerhalb des juristischen Diskurses eine Erweiterung des Konzepts von en reformant zu arbeiten ist vielleicht tendenziell davon zu lösen dass es immer einen Akteur geben muss der verantwortlich ist für die Bedrohung also das stärke Rechtsgut Konzept in den Punkt zu stellen auf der legislativen Ebene fände ich das vielversprechendste nicht am Flüchtlingsbegriff zu arbeiten nicht über Verfolgung zu gehen sondern an dem was die Europäische Union in ihrer Gesetzgebung subsidiärer Schutz nennt also wo der Anknüpfungspunkt die Drohung nicht von Verfolgung ist wenn man es gezwungen wäre zurückzugehen sondern wo der Anknüpfungspunkt ist die Drohung an schweren Schaden an menschenrechtlichen Rechtsgutern zu erleiden willkürlicher Gewalt im Krieg ausgesetzt zu sein oder diskriminierungsfreier Folter das wird dann auch mit der Folgung hinter Indien da könnte man systematisch problemlos Situationen reinschreiben die dann eine hohe Schwelle sein müssten das müssten dann irgendwo nah an den unbewohnbaren Gebieten sein aber da würde es konzeptionell hinpassen weil dann könnten wir es auch aushalten die Rechtsfolgen da politisch zu verteidigen sind nämlich individuelle Rechtsanspruch das finde ich eigentlich das wäre jetzt mal die zentrale Antwort so wünschenswert es ist wenige Staaten zu finden die sich für so Kontingentlösungen öffnen aus meiner politischen Erfahrung in diesem Feld sichtbar wenn sich eine Regierung hinstellen muss und sagen wir haben uns hier aus politischen Gründen entschlossen so aufzunehmen das kriegt man in Ausnahmesituationen hin wo das dann auch aus den politischen Grenzen entspricht aber im Regel als Regelfallkonzept ist so eine politisch sichtbare Lösung nicht tragfähig das müssen das funktioniert wenn es im Gesetz steht und es politisch unsichtbar die Gerichte definieren die Rechtsansprüche definieren die unterhalb des Radars politische Diskose von dem verwaltungsrechtlichen Prozedur abgearbeitet werden können die Behörde da prüft und das Voraussetzung ist dann können man so Gerichte überschreiten ob die zu restriktiv entschieden haben das ist die große Leistungsfähigkeit der Genfer Flüchtniskommission gewesen dafür eine Definition zur Verfügung gestellt haben die ist heute betrachtet viel zu eng aber die große Idee dass das praktisch innerstaatlich von den Verwaltungsbehörden zu administrieren ist und an der Politik vorbei das heißt wie viel leistungsfähiger als politisch sichtbarer würde Könnte es nicht sein nur ganz kurz gefragt dass die AfD genau das als mangelnde Transparenz bezeichnet also wir schieben das den Verwaltungen zu aber die sagen nicht was sie wollen wenn sich die Argumentation von Orban und anderen gegen den Flüchtlingspakt anschauen dann war das ja genau die Unterstellung also nicht dass es meine Meinung ist die Unterstellung die regeln das administrativ damit wir nicht konfrontiert werden mit der Menge von Flüchtlingen oder überhaupt mit dem Umstand dass es solche Flüchtlinge gibt von denen es immer mehr gibt naja aber das machen wir ja in vielen Bereichen wir entscheiden nicht alles im politischen System eine kapazitäre Regierung überfordern und zu unwilligen Ergebnissen führen das ist die Idee des Rechtsstaates der Gesetzgeber legt es einen politisch verantworteten rechtlichen Rahmen nieder und die Verwaltungsbehörden vollziehen das und der normative Diskurs findet darüber statt wie weit ziehen wir die Definition nehmen wir jetzt Kriegsfrüchtlinge mit rein in den subsidiären Schutz oder nicht eine riesige Entscheidung gewesen hat es ein Game Changer gewesen gegenüber der Situation Anfang der 90er Jahre wo wir das nicht hatten wo politisch diskretionär über Bosn und genauso könnte man politisch diskutieren gerne auch mit und gegen die AfD ob wir sozusagen in 15c der Qualifikationsrechte in den Norden Absatz unter Absatz einfügen der irgendwie eine rechtliche Umschreibung der Arten von Klima nicht rückkehrfähigen beschreibt die sozusagen in der gleichen Gewichtsklasse spielen wie thematischer Folter das entspricht nicht unseren Werteverständnissen jemanden in die Folter zu schicken jemand in hoher Wahrscheinlichkeit des Todes im Kriege oder sozusagen Klima beginnt das wäre dann der Ort und hinterher wollen wir das rechtsstaatlich abgearbeitet sehen was wir politisch entschieden haben Danke Herr Leiter Ich freue mich dass Sie Ihre politische Einschätzung und Politik in was ich einschätze ob Klimamigration ein Szenario ist das politisches Argument in den Schrafen des Morgens taugt das Potenzial hat für einen effektiveren Klimaschutz also ist das Szenario wozu eine wachsende Klimamigration ein politisches Schwergewicht in unserem Klimaschutz und Energiedemiddiskussion also um es ein bisschen umkrieger zu machen ich sehe dass derzeit der Anteil Klimabedienst Flüchtenden in Deutschland relativ gewinnigt sich das nicht an sich kranifizieren könnte aber so ein regent o wird das irgendwann zu einer politischen Größe die dann zu einer schwierigeren Klimaschutz betrifft wird also es wurde viel diskutiert gerade in der Klimamigations Community dass eben bestimmte Szenarien auch unterschiedlich bewerten es stehen die weltbank zahlen genommen die sind noch mit am niedesten es gibt aber auch andere zahlen die höher liegen oder eben auch immer wieder Leute behaupten dass es gar keine Klima gibt dass jedenfalls die höher liegenden zahlen auch immer wieder so als Bedrohungsszenario benutzt werden aus meiner Sicht ist es eine sehr schwierige Konstellation weil letztlich die Menschen ja erstmal auch innerhalb von Ländern negieren und das eher humanitäre Krisen auslöst ich glaube das schließt so insgesamt an die Frage der Risikowahrnehmung an der Klimawandel löst massive humanitäre Krisen aus dazu gehört Vertreibung aber dazu gehört auch ja der Fluss von Lebensgrundlagen die zerstört von Infrastruktur und all das wird ja bisher noch nicht in dem Maße als Bedrohung so wahrgenommen wie es die Wissenschaft einschätzt oder es wird zumindest nicht ins Handeln gegossen also es wird nicht ins Handeln übersetzt und ich glaube in dem Kontext muss man das sehen also ich glaube auch dass eine komplette Versicherheitlichung von Migration nicht erstrebenswert ist aber gleichzeitig wenn man jetzt den Begriff der menschlichen Sicherheit geht wo es eben auch um die Frage von der Schutz von Ernährungsmittel Sicherheit der Schutz von Zugang zu Frischwasser und so weiter wenn man das alles als Grundlage nimmt dann ist es natürlich auch verbunden mit der Frage wenn das alles gefährdet ist wird da Menschen gezwungen zu migrieren also ich glaube man kann es auch nicht völlig davon trennen die Antworten auf diese Vertreibung dienen natürlich nicht dem Sicherheitssektor an also auch wenn man das als Sicherheitsrisiko wahrnehmen mag die Antworten darauf liegen ja meistens in der Entwicklungspolitik oder eben in der Außenvertikung die Frage Migrationspartnerschaft etc. Und wenn man jetzt sich vielleicht nochmal die Frage anguckt Klimaklagen auch da gab es bestimmte Klagen die versucht haben einzelne Personen beispielsweise eine Familie aus Neuseeland zu tragen auch ja Anspruch zu bleiben ich glaube auch unter dem Nicht-Zurückweisungs-Prinzip und dort wurde das zwar angehört die Familie durfte bleiben allerdings aus familiären Gründen und dieses Nicht-Zurückweisungs-Prinzip auch dass sie ja auf die Klimafragen sind die wohl nicht eben dahingehend erweitert ist ja aber ich könnte mir schon vorstellen dass sich das in diese Richtung auch entwickelt wie sie es gerade skizziert haben aber insgesamt das so als Bedrohungs-Szenario für mehr Klimaschutz zu nehmen das halte ich für nicht politischer Befugung ich möchte ganz gerne noch ein paar Fragen sammeln jetzt da hinten ist eine Frage haben wir noch anschließend ja schon jemand nehmen wir die beiden Fragen genau also der Sub-Szenario-Schutz hat natürlich eine Attraktivität und zwar das für uns auch europäisch ergibt wenn wir aber sagen dass wir den Sub-Szenario-Schutz so verändern wollen dann müssen wir uns natürlich auch von den verweisend mit richtigen dass wir trotzdem aktuell abbrauchen wo die dieser schaden ausgeht und wenn wir sagen wir stülpen jetzt Klimamigration in dem System zu den Schutz ein würden wenn wir einen Akteur aus den globalen Räumen adressieren und dann würden wir wieder in diese spirale von die sie gerade verhindern wollten dann wäre es zu sagen dass wir jetzt schon eine absolute Teil Ehre machen und zwar dass wir eine erniedrigende und unmenschliche Verhandlung haben dadurch dass Menschen existenzbedingungen ist die Frage ist was passen wir da runter offiziell sagen wir gerade soziale existenzbedingungen aber sagen auch viele Menschen wollen über das ökologische existenzbedingungen vielleicht sollten wir uns abgestarkt machen und dann gibt es wirklich eine Verwaltung zu sagen wir teilen Abschiebe aber aber kann das die Lösung sein auf nationale Eben ist natürlich auch vielleicht diese Gedanken Dankeschön Vielen herzlichen Dank für den Vorkommen und auch für die Reaktion nur aus einem anderen Kontext einen anderen Besuch in den USA in Europa auch in den sogenannten globalen schwierigen Begriff ist eine Art von Personenschutz oder personenbedingten Rechten Reaktivität auf Natur zu übertragen also das ist erstmal mit primaten geschehen es passiert auch in den USA mit besonders bewohnten klimatischen Zusammenhängen und das in den Jürgen Bast hat vorhin gesagt wenn Recht des wilden Halles wenn es ist ein Personenrecht eine Subjektivität auf die Natur auf eine bedrohte Natur zu schreit auch nach Unverzerrtheit scheint es mir einen anderen Weg vielleicht einen schwierigeren Weg aber einen Weg den ich tatsächlich sehe in mehrfachen Welt zu zahlen ganz schön noch den Beitrag dazu und dann schließen wir ab es sei denn nicht auf jemanden übersehen genau vielleicht einfach nur noch kurz denken was darauf dass es in vielen Unwollstaaten die Problematik nicht existiert aber in vielen anderen Regionen die große Problematik existiert die Migrations Ursachen wirklich eindeutig zu definieren also ich gehe jetzt wieder nach Zentralamerika das ist völlig klar wir haben eine hohe Kriminalität und so weiter und so fort und Klimakatastrophen also Naturkatastrophen Slow Onsets und Rapid Onsat Events und das alles greift ineinander und trotz alledem also was kann in solchen Kontexten wie kann da ein Schutzrecht wegen Klima überhaupt wie könnte das definiert werden wenn wir das so stark ineinander kann das so stark geht um genug Raum zu lassen gehe ich nur ganz kurz auf Nathalie Mauber Studentsche Hilfskraft im Medien Ja wir machen das hier steigen Ja das überzeugt mich was Sie gesagt haben da ist das konzeptionelle Problem ich glaube dass man die zwei Prozesse die Sie angesprochen haben wenn es richtig gut läuft in der Interaktion bringen kann wenn man irgendwie die Rechtsprechung zu diesen fundamentalen Normen Sie sprechen mit dem Artikel 3 an so einem Ausgangspunkt Folter verboten wenn das auf solche Fälle ausgedehnt werden könnte und da sind wir als Rechtsprechung in Gefahr dann wäre das natürlich auch ein Push für den europäischen Gesetzgeber konzeptionell nachzuziehen weil das fällt ja eine Mehrheit in den europäischen Gesetzgebungsorganen dann mal eben den Bereich der Berechtigten auszudehnen fällt ja auch nicht von innen das hilft aber sehr wenn das zumindest teilweise durch Menschenrechts Unikapur geboten ist also da ein produktives Zusammenspiel hinzukriegen das Zurückweisungsverbot weiter zu denken und dabei entblick zu haben dass es letztlich eine politisch verantwortete Entscheidung sein muss die im Gesetz gegen geflossen ist das wäre so wie gesagt wenn es gut läuft könnten diese beiden Dinge ein produktives Weg gespielen Kera zu der Frage mit den Rechten für Natur es gibt ja auch da Beispiele bestimmte Flüssen bestimmte Rechte zuzusprechen das ist eine interessante Entwicklung es gibt auch das große Thema Ökozid das ursprünglich mal angedacht war als eines Verbrechen der gegen die Menschlichkeit oder gegen die Verbrechung die Menschlichkeit zu etablieren was dann aber tatsächlich in einer der letzten Verhandlungsruf abgelehnt worden ist nun ist es was von das wieder zu etablieren ob das kommt ist glaube ich eine sehr große offene Frage und mit Migration setzt es ja auch an einem anderen Punkt an also versucht man auch eine gewisse Abschreckungswirkung zu erzielen also größere Ökosysteme zu zerstören um eben dann nicht dafür gelangt zu werden dann muss man ja sich vielleicht nochmal die verschiedenen Interventionsmomente vergegenwärtigen wo man eben auch eine Vertreibung verhindern kann aber man muss eben auch gleichzeitig gucken dass es eben Klimafolgen geben wird also wir sind jetzt auch bei allen Abschessionsszenarien auf mindestens eingemachten Grad eingepreist und es wird eine weitere Erwärmung geben und die Klimafolgen werden erstmal extremer werden bevor man möglicherweise Stabilisierung an irgendeinem Punkt erreicht und das bedeutet eben dass man für Menschen die dann integrieren wollen oder müssen auch bestimmte Perspektiven eröffnen sollte und das jetzt nochmal auf diese Frage von wie kann man das abgrenzen ich glaube in vielen Fällen kann man das nicht abgrenzen und da gibt große Schwierigkeiten ich glaube wenn man versucht dass stärker sozusagen Schutz entsprechen für internationale Migration zu etablieren muss es sehr eng befasst sein weil es sonst keine Chance haben wird sich zu etablieren aber es gibt eben auch andere Ansatzpunkte wie zum Beispiel die ja die Katharina Declaration war auch aus eben einer Situation von vielen vertriebenen auch von Naturkatastrierten hervorrufenden Declaration wo eben Staaten sich dazu bereit erklärt haben Menschen in der Region aufzunehmen wenn diese von Naturkatastrierten betroffen sind also da gibt es Möglichkeiten und es gibt eben das ganze Thema das haben wir noch nicht angesprochen von Loss and Damages Verluste und Schäden die eben dazu führen dass nun auch Industriestaaten in die Situation versetzt werden für diese Schäden wissermaßen nicht aufzukommen und das war eben ein Thema auf der letzten Klimaschutzverhandlung dass eben Staaten auch sich zusammengetan haben und gesagt haben wir werden einen Fonds geschaffen wie dieser Fonds gefüllt wird und wer unter welchen Umständen davon auch Finanzmittel bekommt um Schäden zu beheben weil durch Anpassung kann man zumindest bei einer Erwärmung von 1,2 bis 2 Grad noch relativ viele Klimafolgen abfedern also dass man Menschen nicht unbedingt gewirren müssen oder vielleicht nicht so weit mitgehen müssen und viele Ansätze werden sehr stark Schutztage gesprochen aber es gibt natürlich wir haben ja selbst im Gastschutzprogramm informiert sehr sehr viele Ansätze wie man die Lebensbedingungen von Menschen von Aufnahmekommunities von Gemeinden die Menschen aus den Menschen heraus mit ihrer verbessern kann das sind viele Aspekte die man da betrachten muss und nicht nur diese Extremfälle die sehr wichtig sind aber gerade in der Entwicklungspolitik muss man eben auch die Masse sagen im Markus nehmen Dankeschön Vielen Dank für die interessanten Fragen Ich glaube wir sind nicht nur pessimistisch Ich glaube es ist deutlich geworden dass es pragmatische Lösungen gibt und dann kommt der Satz wenn die Politik das will dann machen wir das und so ist das das heißt zum einen und dafür sind solche Bücher gut geeignet muss sozusagen insgesamt klarer werden was das für ein Problem ist mit der Klimamigration ja das ist kein sekundäres Problem ist sondern das ist ein wichtiges Problem zweitens dass es einen Anschluss finden muss an die rechtspolitischen Debatten die wir hatten und die müssen sich eben antassen mit Zeiten wenden und drittens dass es tatsächlich pragmatische Lösungen gibt die unter anderem die in Gießen ersonnen werden ich bin sehr begeistert über dieses interdisziplinäre Gespräch was wir heute hatten und reden Sie nur gut über das Panel und wir machen sowas möglich ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und gucken Sie was die nächsten Veranstaltung wird schönen Abend Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank. Vielen Dank.